Hallo, ich bin ein Reisender aus Dahab und ich möchte einen zweiwöchigen Urlaub in Marokko verbringen. Können Sie mir helfen, die besten Städte in Marokko zu besuchen? Hallo, ich bin ein Reisender aus Dahab und ich möchte einen zweiwöchigen Urlaub in Marokko verbringen. Können Sie mir helfen, die besten Städte in Marokko zu besuchen? Hallo und herzlich willkommen in Marokko. Nehmen Sie Platz. Hallo und herzlich willkommen in Marokko. Nehmen Sie Platz. Danke. Natürlich kann ich Ihnen helfen. Marokko ist ein wunderschönes Land mit vielen faszinierenden Städten. Welche Art von Erfahrungen suchen Sie auf Ihrer Reise? Ich möchte die marokkanische Kultur und Geschichte entdecken, die lokalen Märkte besuchen und auch etwas Zeit am Strand verbringen. Welche Städte würden Sie empfehlen? Ich möchte die marokkanische Kultur und Geschichte entdecken, die lokalen Märkte besuchen und auch etwas Zeit am Strand verbringen. Welche Städte würden Sie empfehlen? Nun für Kultur und Geschichte würde ich definitiv Marrakesch und Fees empfehlen. Beide haben wunderschöne historische Stadtteile und eine lebendige Kultur. Für die Märkte sollten Sie auf jeden Fall nach Marrakesch gehen. Wenn Sie auch etwas Strandzeit wollen, können Sie nach Esauira oder Agadir reisen. Das klingt großartig. Wie lange sollten wir in jeder Stadt bleiben und wie reisen wir zwischen den Städten? Ich würde empfehlen, mindestens drei Tage in Marrakesch und Fees zu verbringen, damit Sie genug Zeit haben, um alle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Esauira und Agadir sind etwas kleiner, sodass ein oder zwei Tage ausreichen sollten. Für die Reise zwischen den Städten empfehle ich Ihnen, einen privaten Fahrer oder ein Taxi zu mieten, da das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal schwierig sein kann. Ich würde empfehlen, mindestens drei Tage in Marrakesch und Fees zu verbringen, damit Sie genug Zeit haben, um alle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Esauira und Agadir sind etwas kleiner, sodass ein oder zwei Tage ausreichen sollten. Für die Reise zwischen den Städten empfehle ich Ihnen, einen privaten Fahrer oder ein Taxi zu mieten, da das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal schwierig sein kann. Okay, das klingt vernünftig. Gibt es noch andere Aktivitäten oder Orte, die wir besuchen sollten? Okay, das klingt vernünftig. Gibt es noch andere Aktivitäten oder Orte, die wir besuchen sollten? Auf jeden Fall. Wenn Sie in Marrakesch sind, sollten Sie unbedingt die Sadirgräber und den Bahia-Palast besuchen. In Fass gibt es viele wunderschöne Moscheen und Medersas. Und Sie sollten unbedingt das Lederviertel besuchen. In Zauira sollten Sie einen Spaziergang durch die Altstadt machen. Und den Hafen besuchen. Wenn Sie nach Agadir reisen, sollten Sie den Zug Elhad besuchen und eine Kamelrith machen. Auf jeden Fall. Wenn Sie in Marrakesch sind, sollten Sie unbedingt die Sadirgräber und den Bahia-Palast besuchen. In Fass gibt es viele wunderschöne Moscheen und Medersas. Und Sie sollten unbedingt das Lederviertel besuchen. In Zauira sollten Sie einen Spaziergang durch die Altstadt machen. Und den Hafen besuchen. Wenn Sie nach Agadir reisen, sollten Sie den Zug Elhad besuchen und eine Kamelrith machen. Wow, das hört sich fantastisch an. Vielen Dank für all die Informationen und Empfehlungen. Ich bin wirklich aufgeregt, Marokko zu besuchen. Wow, das hört sich fantastisch an. Vielen Dank für all die Informationen und Empfehlungen. Ich bin wirklich aufgeregt, Marokko zu besuchen. Gerne geschehen Marokko ist ein erstaunliches Land und ich bin sicher, Sie werden eine unvergessliche Reise haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, lassen Sie es mich einfach wissen. Marokko ist ein erstaunliches Land und ich bin sicher, Sie werden eine unvergessliche Reise haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, lassen Sie es mich einfach wissen. Hallo, Mama. Wie geht es dir? Hallo, Mama. Wie geht es dir? Hallo, meine Liebe. Ich bin gut. Wie geht es dir? Hallo, meine Liebe. Ich bin gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich wollte dir nur sagen, dass ich meine Reise nach Marokko gebucht habe. Mir geht es gut. Ich wollte dir nur sagen, dass ich meine Reise nach Marokko gebucht habe. Oh, das klingt aufregend. Wie lange bleibst du? Oh, das klingt aufregend. Wie lange bleibst du? Ich werde zwei Wochen lang verschiedene Städte besuchen und traditionelle Riads besichtigen, in denen ich übernachten werde. Ich werde zwei Wochen lang verschiedene Städte besuchen und traditionelle Riads besuchen, in denen ich übernachten werde. Ich werde auch eine Wüstensafari machen. Wow, das klingt wirklich toll. Aber mach dir bitte keine Sorgen um das Wetter. Ist es nicht sehr heiß in Marokko zu dieser Jahreszeit? Ja, es ist ziemlich heiß, aber ich werde mich an die Hitze gewöhnen. Und die meiste Zeit drinnen verbringen oder während der heißesten Stunden des Tages eine Siesta machen. Pass bitte auf dich auf und trinke genug Wasser. Und vergiss nicht, uns Bilder zu schicken. Mach ich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf diese Reise und kann es kaum erwarten, alles zu erkunden. Mach ich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf diese Reise und kann es kaum erwarten, alles zu erkunden. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ruf mich an, wenn du zurück bist. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Ruf mich an, wenn du zurück bist. Das werde ich machen. Tschüss Mama. Tschüss Liebes. Ruf mich an, wenn du zurück bist. Gאve ich mir an, wenn du zurückst�ne dich.